Grüß Gott bei Kunst auf Glas. Ich freue mich, Sie in meinem Glasatelier, das seit 1989 besteht, zu begrüßen. Hier wird Glas und seit 2017 auch E-Mail-Schilder und E-Mail-Geschirr bemalt. Die Muster, die ich bei den traditionellen Teegläsern verwende, nehme ich von Originalobjekten, die mir meine Kunden bringen. Ich gestalte auch moderne Designs sowie Jagddarstellungen, Logos und Wappen. Auch Kindermotive gehören mit zur Auswahl. Besonders spannend sind Beschriftungen für Anlässe wie Geburt, Taufe, Hochzeiten, Jubiläen, Berufsabschlüsse und Weihnachtsgeschenke, sowohl für Ihre Liebsten als auch für Firmen. Eine Besonderheit stellen auch bemalte Glasfenster dar. Sie sind immer eine große Herausforderung. In jüngster Zeit mehren sich die Wünsche für Beschriftungen im Dialekt. So meine Arbeit zeichnet sich durch die Liebe zum Detail aus. Beratung ist mir ebenfalls ein großes Anliegen, damit Sie das perfekte Geschenk für jeden Anlass haben. Anliegen, damit Sie das komplett abhängen. Untertitelung des ZDF, 2020